so hallo meine lieben jetzt bin ich hier als ehemaliger absoluter spezialist für grünpflanzen bei uns hier im hause mal dafür da um zu zeigen was wir in unserer neuen kategorie bald komplett darstellen werden das ist outdoor im bereich outdoor haben natürlich sowieso extrem viele sachen alles was portable ist kopfhörer bluetooth mobile geräte um in hoher qualität musik wieder geben zu können alles outdoor eigentlich sollte ich jetzt hier in dem garten auch schon lautsprecher eingraben das machen wir aber erst zum nächsten video oder vielleicht im herbst was haben wir alles für den outdoor bereich für terrasse natürlich die reinen bluetooth lautsprecher oder für den balkon oder wenn man mal zu freunden geht oder ins schwimmbad kleinere lautsprecher die halt nicht zu viel ärger verursachen da haben wir dann ihr wisst das ist nicht unser spezialgebiet aber da haben wir ausgewählte gerätschaften ein dalikatsch sehr sehr guter klang drei verschiedene programme man kann ihn sogar mit zwei lautsprechern ich habe nur einen ich weiß zum stereo paar verbinden machen einige und sind damit sehr sehr happy auch in ferienwohnungen wir haben hier das sieht sehr sehr interessant aus ist auch sehr sehr gut ein französisches produkt die haben ja auch viel mit picknick zu tun ein die wir man ja wunderbares gerät sehr empfehlenswert hörenswert tolle sache super verarbeitet und dann kommen wir zu unseren neuen lautsprechern die auch interessanterweise einen passenden namen dazu haben escape flucht nicht von alcatraz sondern von zu hause aus der stückigen bude heraus in den garten aufs tempelhofer feld in dem botanischen garten schön musik hören das ist hier eine reine bluetooth variante natürlich da von unten alles dann zu bestücken mit den entsprechenden geschichten um halt lang auch gut musik hören zu können und das hier ist jetzt nicht mein reisekoffer habt ihr alle gedacht aber ne ne verreisen tue ich später da habe ich was schönes drin das ist nämlich super gut wenn man halt definitiv mal eine party unterwegs machen möchte das ist nicht eine boombox eine party box sondern ist ein audio vieler bluetooth wlan und internetfähiger lautsprecher auch von der firma escape in einem transportkoffer und das ist natürlich ein wirklich stattliches gerät der hat es halt wirklich in sich unabhängig davon dass halt von unten alles anschließbar ist der ist mit 230 volt oder 220 volt zu betreiben genau wie auch der kleinere der sechser der neuner hat aber noch mal ganz andere features die möglichkeit ein modul zu integrieren dann ist der netzwerk fähig kann streamen und 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 also genau genommen das ist hier nicht eine reine vorstellung ein oder von ein oder zwei produkten sondern das ist die ankündigung einer neuen kategorie in unserem shop in unserem laden outdoor dazu gehören sehr sehr viele wasserfeste lautsprecher die man in den dächern einbauen kann unter dachgiebeln im vordach einsetzen kann dazu gehören dann wirklich lautsprecher die im garten vergraben werden können mit dem was mit dann entsprechend nur noch den hochtönern also mehr wege systeme mit der passenden elektronik dazu und das ist wirklich auch eine situation die wächst und wächst und wir haben die auch schon häufig umgesetzt bloß wir haben das so aus dem ff heraus gemacht und wir wollen es auch jetzt stärker nach außen zeigen dass das für uns ein wichtiges thema ist dass wir ernst nehmen und diese situation oder diese kategorie wird dann wachsen und auch natürlich gut gepflegt werden und da können wir nur sagen kommt vorbei genießt es macht euch einen eigenen eindruck vielleicht nehmt ihr auch was mit und bald mehr darüber